In der Natur des Menschen liegt die Veränderung der strengen Gewandeln. In der Natur des Menschen gibt es keine Gefahr, die sie nur kreisen, ohne Welt. In der Natur des Menschen gibt es keine Gefahr, die sie nur kreisen. In der Natur des Menschen gibt es keine Gefahr, die sie nur kreisen, ohne Welt. Die Natur des Menschen gibt es keine Gefahr, die sie nur kreisen, ohne Welt. In der Natur des Menschen gibt es keine Gefahr, die sie nur kreisen, ohne Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020